Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. So, heute ist Tag 9, wenn ich richtig zähle. Das heißt, die 9. Foto-Challenge, die ich heute öffnen kann. Und die heutige Challenge wird sein... Die heutige Challenge ist... Klatschen. Klatschen? Okay. Muss ich mir erst mal Gedanken zumachen. Ich bin einfach ganz stumpf bei der einfachsten und ersten Idee geblieben. Beim normalen Klatschen mit den Händen. Es gibt noch andere Geräusche, die klatschen sind oder die Klatschgeräusche ergeben. Aber ich bin jetzt hier mit den Händen geblieben, habe dann meine Kamera genommen und habe dann auf die Kamera einen Blitz gesteckt. Und mit einer längeren Belichtungszeit dann ein Foto gemacht mit Blitz. So wurden die Hände kurz angeleuchtet und danach durch die Bewegung ist Unschärfe reingekommen und so gibt es mehr Dynamik in den Bildern. Und mein abschließendes Foto, was ich final ausgewählt habe für diesen Tag, ist folgendes. Und dann bekommen sie mit den Händen. Und dann kommen sie jetzt... Und dann kommen sie mit dem Händen. Dann haben sie jetzt mal zufrieden. Und dann? Und dann? Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020